moin leute und herzlich willkommen zu einem neuen ich wurde getagged video ja ich wurde von dem final level gamer getagged das ist mein kursor und ja er hat mir so zehn fragen gegeben die ich ja beantworten soll das ist frage nummer eins jo ich bin 22 jahre alt und wann ich mit dem zocken angefangen habe weiß ich gar nicht so genau ich glaube irgendwie ich glaube ich glaube ich war so zwischen drei und fünf jahre alt ja meine einstiegskonsole war ein nintendo entertainment system also n es und die nächste frage verstehe ich nicht so ganz wie ich zu ihr kam wie ich sie ob ich sie gekauft habe oder ich zu der einstiegskonsole kam naja auf jeden fall in beiden fällen wir hatten die in der familie gehabt und ich habe mir sie halt nicht selber gekauft also als kind habe ich wirklich sehr sehr viel gedalt nes zeiten super mario bros 1 bis 3 super nintendo auch mario und zelda und dann kam ja auch schon die n64 zeit und da habe ich wirklich am allerliebsten die mario party titel gespielt und dann immer mit zwei drei freunden zusammen ganze nächte mit mario party verbracht also das sind erinnerungen die werde ich wahrscheinlich das ganze leben lang behalten weil das waren so lustige nächte die wir hatten und ja mario party ganz klar mein spiel was ich am häufigsten und am liebsten in meiner kindheit gespielt habe jetzt wo ich aktuell das video aufnehme spiele ich am häufigsten luigi's mansion 2 für den nintendo 3ds lego city undercover für die wii und hin und wieder auch mal ganz gerne zombie u und multiplayer modus das sind so die drei spiele die ich aktuell am häufigsten spiel ja so eine top 3 aufzustellen ist immer wieder schwierig weil man hat in all den jahren so viel gespielt so viel mit den games erlebt ich müsste jetzt spontan irgendwie was aufstellen ich würde einfach mal sagen auf dem ersten platz die letzte nur zelda skyward sword weil es von vom geschichtlichen hier jede menge preis gibt und es haut einfach rein auf dem zweiten platz secret of mana weil es mein allererstes rollenspiel war und mega genial rüberkommt und auf dem dritten platz packe ich mag xenoblade chronicles weil der spielumfang wirklich enorm ist und von der story her es ist auch mega interessant ich weiß noch dass ich vor einiger zeit ein tag video beantwortet habe was über fortsetzung ging hätte ich mir das jetzt noch mal angeschaut wüsste ich was ich sagen könnte auf jeden fall wünsche ich mir eine fortsetzung zu secret of mana ich weiß zwar es gibt ja fortsetzung dafür aber ich wünsche mir so eine zeitgemäße fortsetzung diese mit der technik von heute läuft dann noch ganz klar xenoblade chronicles ein mega geniales spiel mit einem offenem ende wo man sich guten zweiten teil vorstellen kann und dann weiß ich nicht zombie you das spiel hat mir wirklich gut gefallen das ende ist eigentlich auch recht offen beziehungsweise man kann da noch weiter ausbauen und weitererzählen da kann ich mir eigentlich auch ganz gut eine fortsetzung vorstellen und würde ich mir auch sehr wünschen ja ein hobby schaut euch zum beispiel gerade an youtube ist ein sehr großes hobby von mir wo ich sehr viel zeit liebe und arbeit rein stecke und ja sonst neben gaming und youtube ist auch noch fotos machen ein großes hobby von mir ich bin sehr oft mit meiner canon eos 60d unterwegs und mache spezielle fotos von kleinen pappfiguren die sich dumbo nennen keine ahnung ob ihr davon schon mal was gesehen oder gehört habt und von da aus komme ich eigentlich auch wieder zu youtube zu meinem zweitkanal wo ich eigentlich zu meinem dumbbus einige videos bringen wollte zum beispiel wo ich die her habe ich wollte fotos zeigen wie ich gemacht habe von denen und dazu dann auch was sagen wie es dazu kam und so weiter und so weiter aber aktuell habe ich da zwei videos einmal kanal trailer und ich glaube ein vorstellungsvideo wo ich mich einmal kurz vorstelle und erzähle was ich so für pläne ab bisher hatte ich keine lust und zeit da was neues zu machen oder habe es halt vergessen wer sich dafür interessiert ich verlinke es einfach mal unten in der beschreibung da könnt ihr euch den kanal mal anschauen ansonsten in der abobox ist auch noch mal zu finden ich glaube ich werde demnächst echt mal wieder was tun und da ein neues video bringen aktuell besitze ich ein nintendo entertainment system das ist noch die nes womit ich damals angefangen habe zu zocken zwei super nintendos eine n64 zwei gameboy colors einer ist grün unter andre ist so durchsichtig lila ähm ein gameboy advance diesen länglichen noch nicht den zum aufklappen dann noch ein gameboy micro und ja die view das sind so die sachen die ich bis jetzt noch hier habe ich plane aber die so einen großen schrank zu kaufen der so vierecke drin hat und dort will ich dann so eine kleine sammlung aufstellen vom nes bis zur view und dann auch noch die handhelds ähm das ist so ein kleiner plan den ich habe aber mal gucken wann ich den verwirkliche meine top 3 spielserien sehen wie folgt aus auf platz nummer 3 ist super smash brothers es ist ein spiel was mich immer wieder begeistert und wenn ich höre es kommt ein neues smash brothers ist das wie ostern weihnachten geburtstag und alles andere zusammen also da freue ich mich jedes mal drauf genauso ist es bei platz nummer 2 bei mario party das genauso wie bei smash brothers da freue ich mich so derbe drauf wenn da ein neues wenn da ein neuer teil angekündigt wird und ja es dürfte keine überraschen auf platz nummer 1 ist the legend of zelda es ist immer wieder neues abenteuer was man zu entdecken hat man lernt immer was neues dazu was the legend of zelda angeht und man wird oft an alte zeiten erinnert meine abschließenden worte sind wir gamer fühlen sachen die andere menschen nicht verstehen und auch niemals fühlen werden dieses gefühl der vorfreude auf dem spiel was bald rauskommen soll oder ein spiel was wir endlich nach langer zeit in händen halten oder das gefühl wenn wir eine neue konsole auspacken das sind so gefühle die außenstehende menschen nicht verstehen und auch nicht fühlen werden und von daher sage ich wir gamer sind was besonderes denn wir fühlen sachen die außenstehende nicht fühlen das sind einfach mal meine abschließenden worte zum thema gaming und jetzt soll ich auch noch ein oder zwei andere leute taggen ich tagge zum einen den huli nerd und den andre von joymania tv ich bin gespannt was die beiden zu sagen haben hoffe die machen ein antwortvideo und dann habe ich noch ein paar worte zu final level gamer ich finde es ein großartiger let's player er macht let's plays von retro nintendo spielen schaue ich mir wirklich sehr sehr gerne an weil er erklärt alles gut zeigt alles gut und hat hier und da mal ein paar aus raster wenn es nicht so läuft wie er will ist wirklich sehr sehr lustig und ich finde es sehr schade dass seine zuschauerzahl so niedrig ist er ist wirklich einer der es verdient hat ein paar mehr zuschauer zu kriegen von daher schaut unbedingt mal bei ihm vorbei ich verlinke euch unten den kanal werde ich so oder so machen da er mich ja getaggt hat und ich würde mich sehr freuen wenn ihr ihn da ein bisschen unterstützen würdet und bei ihm regelmäßig vorbeischaut so das war es jetzt auch von mir von meinem antwortvideo von dem tag von final level gamer ich hoffe dass die beiden die ich getaggt habe auch ein antwortvideo machen und ansonsten ich verabschiede mich wir sehen uns beim nächsten mal wieder haut rein in